Darf ich einen Geländewagen fahren, der mehr als zehn Liter Sprit verbraucht? Wenn ich in der Forstwirtschaft oder Landwirtschaft aktiv bin und auf ein solches Fahrzeug angewiesen bin, würde ich das bejahen. Wenn ich das nur zum angeben und protzen brauche, dann wird so ein 510 PS starkes Gefährt einen gehörigen Dieselverbrauch haben, den ich für absolut unangemessen halte und von daher würde ich es verneinen.